Das ist hier von Whitechicks. Wenn du anwesend bist, ich ströme heute nicht. Ströme? Diese Augen, der Wahnsinn, danke der Kampi, danke, danke. Was? Das ist ein Mobi-Weg. Wenn du alle draufschauen musst, dann ist das ein bisschen gut. Ich muss ein bisschen weg. Ich weiß nicht, was du da hinkriegst. Weil so weit ist das eigentlich nicht, weil ich will es ja eigentlich. Schön aussprechen, oder? Ich will das ja ungefähr hier so. Wie du einmal uns entgegengekommen bist, da hat man so ein paar Ampel getroffen, wenn wir zu Schuhe gelaufen sind. Und dann kamst du so. Hallo. Ah, und Echo ist auch da. Ich hoffe, ich gehe dir schön vor, aber es muss sein. Kein Karl, ich hab's vier und komm mal in meinen Hut rein. Moin, moin, Echo. Ich hätte gerne eigentlich alles in Gold, ne? Jetzt hast du gerade schon Goldin zu Hause. Echt? Ja. Ich habe noch solche Dinger. Ich habe auch Goldin, glaube ich. Oh, nein, was ist das? So einen kleinen Nagel wollte sie gerade anmachen, weil ich kann aber den Sieg jetzt hier. So einen kleinen fucking Nagel hier. Meine ist Zornpitter. Ich bin nicht. Ich bin Vollmilch. Du warst, das warst du? Meier war Karamell. Meier war Karamell. Ich will nicht. Soll ich schon mal prädiktiv den Kranken machen? Ne, ich denke mal, das kriegen wir hin. Was, dann nehme ich Karamell und Vollmilch? Nee, Crumbie. Du kriegst Zornpitter, mein Gott. Du kriegst Zornpitter. Du hast da mehr dran, weil du hast drei kleine noch. Ja, ja. Hab ich schon. Als Mann, der noch dabei weiß, was schief geht. Genau, falls es schief geht. Die, die. Kurz hinspringt halt. F steht für Feuer, das wütend und lodert. U steht für uns, während Kamm. F steht für Feuer, das wütend und lodert. Im Freierpack. U, Schauke ist wieder da. Ihr seid sympathisch. Danke, danke, Paribus. Du bist auch sympathisch und auch dein Follower sehr sympathisch. Traumfänger sind Traumfänger, ja. Correct. Selber gemasselt. Letzten im Stream oder im vorletzten Stream von Joana. Sollen die Traumfänger nicht ans Fenster? Das ist kein Traumfänger. Achso, das ist doch kein Traumfänger. Sorry, Jack. Hast du... Hä? Du bist schon wieder... Voll sagt, ja, das ist doch... Oh, was ist das? Nee, wie war das? Das... Vergessen. Vergessen. Er meinte, er mobile. Also er meinte, diese Dinger... Traumfänger sind... Nicht mobile. Licht. Licht. Was? Licht? Licht mobile. Nicht mobile? Nee, wie heißt das? Nicht mobile. Kein mobile. Ja, was ist das? Das ist einfach ein Dekoring. Das ist ein Dekoring. Das ist ja übens entspannt. 500 Cent für so ein geiles Ding. Ich hatte nur noch drei. Letzten drei heute ergattert hier bei Lidl. Ich reiße das Zeug ja aus Regale. Wie die Bananen damals im äußeren Saugleuchte. Oh mein Gott! Das war knapp! Hammer! Hammer fast auf die Füße gefallen. Solche Traumfänger sind das nicht? Sehen eher aus wie Staumfänger. Staumfänger? Das ist die... Das trifft es gut. Nee, nee. Kojiro. Den ersten Tag Kojiro, weißt du, er haut direkt aus. Ja, das ist jetzt direkt uns in die Masse. Kucha sind Bäume. Ah ja, hat er nie gehört. Wir haben ja keine Ahnung. Wir haben ja keine Ahnung. Jetzt geht es räumen, leider Obacht. Wo kann man das anziehen? Der kennt man ja eine Aufgabe. Eine Aufgabe. One job. Es gibt auch Future-Hacken. Ah, Future-Hacken. Das ist so Grünzeug als Sichtsperre und so. Ein ganz schön future-mäßiges Hörer. Oben Loch an der Wand. Einmal mit Profis arbeiten. Ach, einmal mit Profis arbeiten. Anders, ich mach's selber. Arbeit für uns bedenken, was an, ne? Oh Gott! Eins, zwei, zwei! Oh nein! Und wie ist es? Gut! Oh nein! Ach nee! Außer im Discord geht noch nicht. Nee, ich habe jetzt von Joana mir die Daten geben lassen. Ich mache das jetzt die Tage alles fertig. Aber nee, hat sie sich einfach genommen. Wo Joana ihre Tomaten eintoppt etc. Stimmt, mit Tomateneintopfen. Das war doch im Spiel, oder? Tomateneintopfen! Eintopfen war im Spiel. Stimmt! Kochen ist gut. Aber dann müssten wir... Was, Vegetarier? Stimmt! Kochen geht gar nicht. Hier zwei Vegetarier. Pesketarier. Pesketarier! 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 Sie isst ja noch Fisch. Was streamst du dann? Das weiß ich noch. Ich muss meinen Butschuh machen. Butschuh? Da sind diese Teigöl mit Gemüse drin. Was? Das ist mein Film! Irgendwie spricht mich Maja etwas mehr an. Ich bin zu tief getroffen jetzt. Ich dachte, das ist mit uns etwas Ernstes. Nein. Das war mal. Hätte etwas ganz Großes werden können. Ich habe schon an den Smoker gedacht. An Bief und alles. Und jetzt kommt das. Aber dass ihr Geschwister seid. Das stimmt. Wir sind jetzt ziemlich ähnlich. Von der Abstufung her sitzen wir gerade perfekt. Hier geht es helllos. Und dann langsam Richtung Vollmilch. Und dann kommt es langsam zum Zartbitter an. Zum Zoffen. Oh ja. Wir haben drei verschiedene Geschmäcker hier am Start. Für jeden was dabei. Okay, dann sagen wir mal Bye. Macht's gut, ihr liebes schönes Rabot. Bis zum nächsten Mal.